Jo, hallo und willkommen mal wieder auf meinem Kanal, auf dem Kanal Inkev heute. Es gibt ein tatsächlich neues Gaming-Video generell von mir, denn ich habe jetzt eine neue Grafikkarte. Das bedeutet, ich kann Spiele spielen, aufnehmen und das auch noch lagfrei und das auf hoher Qualität. Ich konnte davor dieses Spiel übrigens mit meiner alten Grafikkarte, die AMD Radeon R9, keine Ahnung, 270 oder so, konnte ich, by the way, nicht mal auf niedrigster Qualität lagfrei spielen. Jetzt habe ich die NVIDIA GeForce, keine Ahnung, 1060 GTX und ich kann aufnehmen auf höchster Qualität. Also nicht auf höchster, nicht auf Ultra, sondern auf hoher Qualität zurzeit. Und es macht einfach Spaß, Leute, es macht einfach Spaß. Jetzt weiß ich auch, warum die Leute es immer gefeiert haben. Oh, Leute, was ist denn das für eine Waffe? Jetzt weiß ich auch immer, warum die Leute es gefeiert haben, Gaming-Videos zu machen. Ey, Arschloch! Ey, was? Okay, ich sage mal so, da der Anfang jetzt eher semi-gut geklappt hat, würde ich sagen, nehme ich jetzt hier noch ein nächstes Teil auf. Ich habe so Ewigkeiten keinen Vorteil mehr gespielt, deswegen spiele ich auch wieder letzte Noob. Aber das soll jetzt ja auch nicht Grund des schlechten Themas sein. Denn ich möchte heute darüber reden, wie ich denn eigentlich mit YouTube damals angefangen habe. Ich meine, ich habe erst vor einem Jahr angefangen. Also letztes Jahr im Januar, Ende Januar, ich glaube, es war der 28. Januar oder der 27. Januar. Da habe ich mir den Entschluss gefasst. Einfach mal, was heißt das Entschluss gefasst? Ich habe jetzt gerade keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall die Entscheidung getroffen, dass ich mit YouTube anfangen werde. Und zwar war das Ganze so, früher hatte ich mir Sony Vegas Pro 11 gekauft. Ja, ich habe es mir wirklich gekauft, 460 Euro. Einfach nur, damit ich so Gaming-Sachen editieren konnte. Weißt du, ich fand das immer mega cool, wenn man Sachen editieren kann. Einfach so mit dem Bearbeitungsprogramm. Ich hatte es mega interessiert. Ich persönlich war allerdings der größte Noob da drin. Das muss man auch mal so sagen. Nichtsdestotrotz, mir hat das ganz viel Spaß gemacht. Ich habe den Umgang mit Sony Vegas halt schnell kennengelernt. Ich meine, es war so ein altes Programm. Aber trotzdem, es war halt mega nice. Oh, nice. Und ja, also ich habe es dann mega gefeiert. Dadurch hatte ich schon so die ersten Kenntnisse. Und wusste eigentlich auch schon was zu tun ist, wenn ich jetzt mit YouTube starten sollte. Weiter ging es dann später. Ey! Ey! Aber warte mal. Ja! Okay, nochmal zurück an dem Anfang. Also ihr habt es ja gerade gesehen. Ich bin, ich bin halt der Christian Noob. Also ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Aber ihr wisst jetzt, ich persönlich hatte damals mit Sony Vegas Pro 11 angefangen. Es hat mir viel Spaß gemacht. Der Umgang war cool. Bla, bla, bla. Ihr habt das ja schon gehört. Und dann dachte ich mir so, yo, warum probierst du nicht mal YouTube? Was braucht man natürlich als ein YouTuber? Man braucht ein Mikrofon, man braucht ein Schnittprogramm und man braucht jede Menge. Eigentlich braucht man gar nicht mehr. Man braucht vielleicht noch Ideen, was man dann als Videos machen kann. Und die hatte ich damals. Ich hatte damals nämlich die grandiose Idee, einfach, ja, sowas ähnliches zu machen wie heute. Ich habe damals meine Meinung gesagt. Ich habe damals gewisse Themen angesprochen. Hatte im Hintergrund ein Gameplay laufen, was ich allerdings selber nicht erspielt habe. Aufgrund meiner wunderschönen Grafikkarte. Wir gehen einfach drüber Salty. Ich meine, das sind mir gerade so schön verregt. Ja, und da dachte ich mir damals, dann probierst du das doch einfach mal aus. Ich meine, die Voraussetzungen hast du. Du kannst es jetzt einfach mal probieren. Du sagst keinem deiner Freunde was. Also, es wusste wirklich niemand. Meine Eltern wussten es nicht. Ich wusste es nicht. Keiner wusste es nicht. Na gut, ich wusste es schon. Aber ihr wisst ja, was ich meine. Hab dann natürlich mir gedacht, ja, was könnte ich ansprechen? Und da kam mir damals die Idee, ja, ich mache irgendwas, was erstmal gut auffällt. Ich meine, ich will gucken, ob die Leute sowas feiern. Und dann habe ich probiert, das Format Dinge, die Jungs heimlich tun. Es ist jetzt so ein Format. Ja, das ist schon, ich will jetzt nicht sagen Clickbait. Aber auf jeden Fall war es was, was gut geklickt wurde. Das kann man schon mal sagen. Ich meine, es war ja, ich habe das Thema auch wirklich angesprochen. Also, von daher will ich das gar nicht zu sehr ins Clickbait deklarieren. Aber es war definitiv eine nice Sache ganz am Anfang. Ich habe damit viel erreicht. Und ich habe auch damals vielen Kommentaren rumgeharzt bei großen YouTubern. Hab aber jetzt nicht solche Assi-Kommentare geschrieben, wie das häufig sonst so der Fall ist. Sondern ich habe auch normale Kommentare geschrieben. Oh, ey, ich bin so schlecht geworden, ne? Komm, 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 dann bring mich doch um. Ja, Mann! So muss es sein, Leute. Also, ich habe damals viel in den Kommentaren auch rumgeharzt, ne? Habe so ein bisschen was geschrieben. Aber ich habe jetzt nicht so Assi-Zeug geschrieben, wie ein Like ist gleich ein Rebuck oder so. Sondern ich habe geschrieben, ja, coole YouTuber oder so. Oder cooles Video. Oder ich habe einfach was zu dem Thema geschrieben, worauf der YouTuber auch angesprochen hat. Oder was der YouTuber angesprochen hat. Es war eigentlich an sich jetzt gar nicht so schlimm. Und dadurch hat man mich dann durch die Kommentare auch viel entdeckt. Und viele sind auf meinen Kanal gekommen. Ist an sich, ja, ein recht freudiges, aber auch teilweise glücksbringendes Prinzip. Aber es war eine ganz coole Sache. Und ja, somit konnte ich dann halt wissen, mögen die Leute meinen Content oder mögen sie es nicht? Und ich habe gemerkt, die Leute mögen den Content, den ich mache. Also für einen kleinen YouTuber war es echt krass. Ich habe innerhalb von einem Monat, das war direkt der erste Monat, so um die 800 Abonnenten gemacht. Das ist ultra krass, Alter. Das war schon fast vierstellig geworden. Und ja, es ging dann immer weiter und immer weiter. Dann ist mir später der Gedanke gekommen, ey, du magst so Zusammenschnitte. Dann probierst du jetzt einfach mal sowas wie YouTube-Kacke. Nur, dass ich da halt meinen eigenen Content mit einbringe. Und da ist mir die Idee gekommen, ich mache so Interview-Parodien. Das war eigentlich so eine grandiose Idee. Ich habe die Interview-Parodien gemacht, habe die hochgeladen. Ich denke, der ein oder andere wird sich daran erinnern, an das, was ich da alles hochgeladen habe. Ich meine, die gibt es jetzt noch auf YouTube teilweise. Da dachte ich mir so, ja, lädst du das hoch? Ist eine coole Sache. Ja, ist wieder einer. Ich habe gesagt, so, ja, ist an sich eine coole Sache. Machste. So, habe ich gemacht. Und es kam auch direkt zum Beispiel ConCraft. Der hat darauf reagiert, der fand das mega lustig. Und dann habe ich gemerkt, ja, es läuft immer mehr und immer mehr. Komm, probierst du es immer weiter aus. Habe ich natürlich auch gemacht. Habe viele Videos dazu gemacht, viele Interview-Parodien. ConCraft, der hatte damals nochmal darauf reagiert. Allerdings nicht auf meine Interview-Parodie, sondern auf YouTube-Kacke. Und dann lief das dann irgendwann. Dann hatte ich dann 5000 Abonnenten erreicht. Das war mega krass, Alter. 5000 Abonnenten, da hat man sich schon wieder king gefühlt. Und dann irgendwann lief es nicht mehr so krass auf meinem Kanal, muss ich ehrlich sagen. Und ja, dann habe ich mir aber ein was gesagt. Und daran halte ich bis heute fest. Und da wird sich auch nie was ändern. Ich habe gesagt, ich mache immer weiter. Mir soll YouTube Spaß machen. Mir geht es nicht um Erfolg. Ich möchte einfach YouTube weitermachen. Ich möchte immer weiter, weiter, weitermachen. Und das habe ich gemacht. Und ich denke, hätte ich das damals nicht befolgt, hätte ich damals bei 5000 Abonnenten ungefähr fast aufgehört. Weil wäre es mir nur um den Erfolg gegangen, hätte ich wirklich bei 5000 Abonnenten aufgehört. Weil da hatte ich dann damals sogar schon D-Abonnenten gemacht. Und das will kein YouTuber, sagen wir es mal so. Ich habe zwei Monate lang fast gar keine Abos gemacht. Mir war es scheißegal. Ich habe immer weitergemacht, immer weitergemacht. Und ich fand, das war eine coole Sache. Und irgendwann, das war dann im Januar, habe ich die 8000 Abonnenten erreicht. Das war für mich auch schon eine krasse Zahl. Habe schon mit Da Vinci ein Video tatsächlich gemacht. Das war so die erste Kooperation. Hier liegt einfach mal das gar rum. GG an der Stelle. Das war so die erste Kooperation. Das hat mir mega viel Spaß gemacht. Und dann irgendwann, ich glaube, das war im April. April. Das waren diese Re-Reserve-Zeiten. Ich weiß nicht warum. Aber alte Videos gingen bei mir richtig krass ab. Das Pookie-Video ging ab. Bei mir ging dieses Lisa und Lena-Video, das ging aber schon ein bisschen früher ab. Bei mir gingen richtig die Videos ab. Und dann die Re-Reserve-Videos, die gingen am meisten ab. Also keine Ahnung, was da los war. Die gingen richtig krass ab. Und dann kam irgendwann so der Hype. Ich habe so den ersten Hype bekommen. Und dachte mir so, krass, Alter. Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals einen Hype bekomme. Und habe mir innerhalb von zwei Monaten über drei Millionen Klicks gemacht. Was eine heftige Zahl ist. Und ich habe auch in den zwei Monaten 30.000 Abonnenten ungefähr gemacht. Was unglaublich war. Also es war unglaublich. Hätte ich nie gedacht. Das ist dann zwar ein bisschen stagniert irgendwann. Aber es war trotzdem eine mega krasse Zahl. Es war eine mega krasse Zeit. Und die möchte ich auch nicht müssen. Und ich würde auch sagen, dass ich da vieles richtig gemacht habe in der Zeit. Ich habe, als dieser Hype losging, habe ich mir gedacht. Ja, komm. Gerade diese Zeit. Die wird sehr wichtig sein. Ich möchte die Leute überzeugen mit dem, was ich mache. Alter, hier liegt noch eine Skala. Ich komme gar nicht drauf. Zu der Zeit dachte ich mir so. Ja, komm. Ich möchte die Leute doch da draußen auch zufriedenstellen. Ich möchte, dass mehr Leute und mehr Leute auf meinen Kanal kommen. Dass immer mehr Leute vielleicht auch meine Meinung wissen wollen. Und dann habe ich mir gedacht. Komm, kaufst du dir noch ein Mikrofon? Aber ein ordentliches Mikrofon. Nicht so ein Kack-Mikrofon, wie ich es davor hatte. Und ich ändere einfach meinen Schnittstil. Und das habe ich auch immer mal gemacht. Ich habe das so oft geändert. Mittlerweile bin ich jetzt da angelangt, wo ich jetzt bin. Dadurch ist alles eigentlich so gekommen, wie es ist. Das Wichtigste ist bei mir. Lass mal nicht sagen. YouTube muss Spaß machen. YouTube muss eine Leidenschaft sein. Und man darf nicht nur dem Erfolg hinterher rennen. Es wird nie Zeiten geben, wo du dauerhaft... Lol, was ist denn das? Es wird nie Zeiten geben, wo du dauerhaft im Hype bist. Das wird es nicht geben. Gut, ein Firegarden ist das Gefühl dauerhaft im Hype. Aber wie witzig war, auf was ich hinaus würde. Man sollte nie YouTube machen, nur damit man jede Sekunde, jeden Tag, jede Woche einen Hype hat. Das ist einfach der falsche Ansatz. Man sollte YouTube machen, weil es Spaß macht. Alter, geil, Mann. Alles Spitzung, Spaß! Ey, ohne... Nein. 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 Ich hätte auch zu dem hingehen können, ne? Ich hätte zu dem hingehen können, hätte ich den mit der Spitzhacke verdrechen können. Oh, aber ich habe ihn getroffen, habe ich nicht. Ja. Warte mal, da war doch gerade jemand. Alter, scheiße, ist ja gut. Scheiße, ist ja gut! Das Spiel ist sinnlos. Weißt du, jeder hat es so drin. Jeder, jeder ist ein übelst krankes Tier geworden. Ich kann nichts mehr machen. So, auf jeden Fall bin ich, stehe ich jetzt da, wo ich hier bin. Man muss immer weitermachen. Das möchte ich euch auf den Weg geben. Wenn ihr YouTube macht, macht immer weiter. Egal, was passiert. Es gibt kein Ende. Es gibt auch keine Grenzen. Ihr müsst immer an das glauben, was ihr macht. Ihr dürft niemals aufhören. Auch wenn es euch richtig runterzieht, ihr müsst immer weitermachen. Ich habe sogar, da, wo ich die Abus gemacht habe, fast jeden Tag ein Video gebracht. Und, ja, das möchte ich euch sagen. Es gibt keine Grenzen. Man sollte nicht einfach stoppen, nur weil mal was nicht läuft. Man sollte YouTube aus Leidenschaft machen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Und wie heißt das so schön? Stänkchen an ein Zwängchen. Euer Alpha Kevin und ciao.